Waschbär Power! Hallo liebe Waschbären! In diesem Video zeige ich dir, was ich mir auf einem Kaufflash Shopping Haul geleistet habe. Er war endlich mal nicht ausverkauft. Der Duschaum. Ich habe euch schon mal davon erzählt, dass ich so einen suche und ich hoffe, er ist genauso fluffig und anziehend wie der aus Israel. Einfach nur eine Erdbeerseife. Van Alverde, ein Repair Shampoo und eine Repair Spülung. Traube, Avocado. Ich hoffe, es tut meinen Haaren so gut wie meinem Gaumen. Reinigungsmilch. Anti-Aging. Ein kürbisch-rotes Rouge von Alverde. Ich habe es auch auf meinen Wangen. Ja, es ist ja ein bisschen krass. Aber ich mag es eben krass. Und da ich mal wieder so verzweifelt bin, warum ich mit 24 immer noch Pickel habe. Die ganze Reihe Heilerde von Alverde mit Waschkehl, Maske, Reinigungswasser und Fluid. Dann habe ich mir von Rivalde diesen Lippen-Sexy-Macher besorgt. Das ist einmal in Schritt 1. Es glättet die Lippen, falls man Falten in den Lippen hat, wie ich. Und es plus hört sich auf, wenn man so kleine Lippen hat, wie ich. Da ist nämlich so seidige Pflege drin, die die Lippen seidig glatt macht. Und dann halt so ein Kribbelzeug, was die Lippen explodieren lässt. Auch am Bodyshop konnte ich mal wieder nicht vorbeigehen. Hier ist der, mein neuer Lipgloss. Glitzer mit Lippenpflege und leicht Rot. Einfach nichts dazu sagen, okay? Ich habe mir auch diese Tüte Traumzucker mit Vitamin C geholt. Und ich konnte mir nicht verkneifen, sie schon aufzureißen auf dem Weg. Ich brauchte unbedingt Vitamin C. Nun ja, und ich habe mir aus dem Automaten diese Zahnbürste gezogen. Mit Zahnpasta für unterwegs. Die packe ich mir jetzt in mein Riesenportemonnaie rein. Und dann habe ich immer eine Zahnbürste für unterwegs. Oh, und ich bedanke mich für diesen Brief. Und diesen, und diesen, und diese Tostkarte. Ja, auch für diese bedanke ich mich. Und für diesen Brief. Und diese selbstgemachte, wunderschöne Karte mit diesem Brief. Und diese selbstgemachte, wunderschöne Karte, die wirklich cool ist. Und diese, und auch diese, und diese auch. Und diese, und für diese, und diese, und diese selbstgemachte Karte. So wie diese selbstgeklebte Karte und diese. Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut. Über jede einzelne. Dankeschön. Es ist wundervoll. Ich danke euch für diese wundervollen Worte. Dass ihr an mich denkt. Und diese wunderschönen Postkarten und die Liebe in zum Beispiel dieser Karte. Einfach ein bisschen selbst machen. Und diese hier. Ich finde das ganz, ganz, ganz wundervoll. Und da bin ich drauf übrigens. Kenntag. Wer mir schreiben möchte, ich habe eine Postbox, die Adresse steht, hier. Und in der Infobox. Und wer es noch nicht kennt. Facebook, Twitter, Instagram, Blog. Und wenn du hier klickst, kannst du mich sofort abonnieren. Falls du noch kein Waschwerbist, dann solltest du einer werden. Und wenn du hier klickst, kannst du mich sofort abonnieren.